große veränderungen in der katholischen kirche also groß jetzt nicht im sinne von groß sondern groß mehr so im sinne von katholisch groß also eher so klein aber schon also jetzt nicht so groß wie die segnung von homosexuellen paaren oder dass die pille jetzt erlaubt wäre gott verhüte aber so ein bisschen erstmals ist mit beate gilles eine frau an die spitze des sekretariats der deutschen bischofskonferenz gewählt worden das ist eine gute nachricht die hat den job ja hoffentlich wohl aufgrund ihrer kompetenz und nicht aufgrund ihres geschlechts bekommen da kann man ganz klar sagen allen kritikern und kritikern ja zum ersten mal in der geschichte der katholischen kirche wurde eine führungsposition tatsächlich allein aufgrund der kompetenz vergeben bisher war es ja tatsächlich so um in der katholischen kirche karriere machen zu können brauchtest du ein jungs geht ihr bitte raus ich mache gerade ein video sorry um in der katholischen kirche karriere machen zu können braucht man bisher tatsächlich ein penis sag mal wart ihr an meinem computer ah ich weiß wieder warum es hier steht weil es stimmt die wahl fällt jetzt natürlich in eine zeit in der viele menschen die katholische kirche verlassen weil sie sagen so eine kriminelle vereinigung möchte ich nicht mehr unterstützen da investiere ich meine kirchensteuer lieber in einem drogenkartell ja die verteidigen ihre werte kardinal woelki aus köln das ist der kardinal mit dem jungs letzte warnung echt kardinal woelki aus köln das ist der kardinal mit dem zurückgehaltenen gutachten steht gerade ziemlich in der kritik immer wieder tauchen fälle von vergewaltigung auf in denen seine rolle zumindest mal interessant ist und da verlassen viele natürlich das sinkende schiff von mutterkirche in köln reichten die termine die das amtsgericht zum kirchenaustritt anbietet nicht aus die server brachen zusammen zusammenbrechende server das kennt man ja sonst eigentlich nur aus baden-württemberg vom homeschooling man kann es den leuten auch gar nicht verübeln dass sie austreten wenn man sieht was nicht nur in mittelgroßen gesamtkirchen gemeinden sondern auch in den chef etagen deutscher bistümer knadenlos an den christlichen werten vorbei entschieden wird und da ist die wahl von beate gillis für die kirche natürlich eine gute nachricht die meldung war überall in den zeitungen in der tagesschau und man konnte ein bisschen ablenken von dem ganzen schlamassel um vergewaltigende priester und die vertuschung ihrer taten eigentlich ganz schön clever moment mal da könnte man ja fast glauben es wurde nur deswegen eine frau gewählt damit die meldung über ihre wahl das ganze negative verdrängt doch nur wegen ihres geschlechts ich hoffe und denke dass beate gillis mit den bischöfen sehr wohl auch mal tacheles reden wird sie wird sich erst mal ein gewisses standing erarbeiten müssen nicht nur als frau sondern auch sonst gilt in der katholischen kirche ja seit ewigkeiten weihe sticht laie da muss man diplomatisch sein wenngleich es am besten wäre sie würde ab und zu mal sowas sagen wie mit verlaub herr kardinal sie sind ein kinder